Hallo und herzlich willkommen zuletzt . . Oh Gott. Zuletzt Battle-Leaders of Legends. Hi Benz! Hör mal hier du Mongo von Feigling und so weiter. Schwing deinen Arsch auf die Bot Lane. Ja, ich bin unterwegs. Das sind Feigling, der rennt weg. Oh, nee, ich will nicht mehr Criddle. Ja Hallöchen! Schweinchen, du fällst aus der Reihe. Wieso? Drück mal Tab. Ne, hab ich grad auch gedacht. Oh, Schwein. Was? Es tut mir leid. Das geht so nicht. Los, zurück und kauf dir neue Sachen. Sof, ich muss gleich mein Essen holen, ne? Das ist doof. Ja, für dich. Aber ich kann ja auch Solo-Top regeln, also. Oh! 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 Jetzt weggerannt bist. Wir sind noch weit. Jawoll! Schön! Geh dir! Ins Gesicht! Jetzt haben wir schon gewonnen. Ihr habt hier richtig Damage gemacht. Ja, die ist fast down. Nochmal, Cycling, was hast du als erstes geskillt? Uh. Huh? Naja. Kannst dich eigentlich so? Ja. Ist nicht das Beste, aber Pech gehabt. Na, Christoph, kannst du das auch? Kannst du das auch? Ich weiß gar nicht, was ich kann. Also ich kann mit meinem Speer schwingen. Alter, ich kann voll shufflen, gönn dir die Scheiße. Also am wichtigsten ist die dritte Fähigkeit. Ja? Ich sag dir mal so die, so die Rangfolge sag ich mal. Wichtigste dritte, dann zweite, dann erste. Siehst du das? Siehst du das? Und natürlich ganz immer... Wenn du kannst, dann skillst du die dritte. Wenn du die nicht kannst, skillst du die zweite. Wenn du die nicht kannst, die erste. Aber am Anfang halt alles einmal durch, ne? Oh Gott. Oh Gott. Dreh dich mal ein bisschen mehr nach rechts. Warte. Macht ihr da? Shufflen. Was? Was ist das geil? Oh Gott. Ne. Das fängt ja super an. Oh Christoph, dieses Böse, nimm die weg. Ne, ne, du die doch. Du willst doch nicht, das ist die. No. Ja, anhitten darfst du sie ja trotzdem. Ah, super. Ey, guck mal Böhm. Kacke. Klasse Christoph, du wirst ja neben schießen. Verdammt, warum hole ich mir auch so'n Skill? Aim-Char. Oh, ich treff auch nix. Still. Ich bin nicht alleine. Ah, ha. Meine Güte. Die haben hier einen Six auf der Botlane, ein bisschen krank, oder? Six Supporter, super. Meinst du? Ich treff hier nix, ne? Nix. Ah, mega, geil. Du meinst, äh, 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 der Amomo ist dann hier der AD Carry, oder was? Genau, so sieht's aus. Okay. Ah, den beräubenden Damage Shit machen. Geht Christoph. Weiß gar nicht. Ist das schon wieder, ist das schon wieder so'n 30er OP-Fahrzeug? Da, 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 da. Wir müssen das übrigens regeln, Böhm, die Solo. Ja, das andere wär' ein bisschen peinlich. Ja, aber ich hab' das Gefühl von da, hier so, kommt doch hier einer. Ich bin der ersten Regel. Böhm. Der Fug. Ist geil. Das ist doch nur fair. Ich hasse dich. Jetzt war's eins gegen eins. Ja. Jetzt kommt der Jungler hoch. Komm, wir lassen ihn mal pushen. Jungler hat bei denen überhaupt einer? Oh. Vermutlich. Sonst ist einer auch klar. Machst du Cinch? Ach, Cinch. 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 Cinch auch. Spaghetti-Creme. Genau, den hatte ich. Oh, oh, oh. Aufnahme kurz stoppen. Warte, warte, warte. Ui. Genau getimed ist hier. Das hat angefangen. Oh. Böhm, du hast es verpasst. Ich hab' was ganz tolles gemacht. Und zwar? Kann ich was alleine. Es war enorm. Warte, ich nehm' noch'n Schluck, dann zeig' ich's dir. Oh nein. Oh, der Deckel ist zu und ich steck' mir das Ding in den Hals. Der Gedanke bei dir ist doch erotisch. Wieso? Boom. Wenn man dich so kennt. Hm. Mich kennt ja keiner von den Zuguckenden. Zehn Millionen Menschen. Zehn Millionen Menschen. Shit. Ob der denn auch diesmal kommt? Ich glaub' nicht. Aus was? Aus was? Aus was? Boah. Das ist unser Hood. Nee, nicht unser Hund, unser Hood. Ja, mein' ich ja. Ja. Ach Gott, Leute. Ihr macht mich kaputt. Was? Ihr macht mich kaputt. Ich will nicht wissen, wieviel Lebensjahre ich hier verliere. Oh Gott, Kiesel. Ist meine Verbindung in LOL weg? Oh Mann, Helco. Achtung! Weg, 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 weg! Ja, das Aufka! Meine Verbindung ist weg! Noob! Noob! Weil meine Verbindung ist weg! Noob! Du bist gestorben! Ja, ich bin hier nicht! Ja, ich bin hier nicht! Jetzt bin ich tot! Jetzt verlässt er noch das Spiel, du Noob! Hast du den geilen Move gesehen, Digga? Äh, du? Willst du normal sehen, aber dann kann ich die Zirk flashen, ne? Oder ist nebensächlich? Christoph, ich bin übrigens dafür, dass du jedes Mal, wenn du triffst, ein geiles Geräusch von den Gebst, ist echt erotisch. Piu! Nee. Tata-tata-tata-tata. Das passt. Tagatunka, Tagatunka! Doch hör bloß auf von Black Ops 2 die ganzen Sounds wieder zu machen. Oh, wieso habe ich 66 FTS und können in 60? Weil du deine Einstellung geändert hast. Stirb! Nein, die hat... Jack kreativ! Mit Ü! Stirb! Komm Tristana direkt durch, die sind alle schön blau und so. Die hat hier, 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 wer ist denn das Zeug? Die Grütze da? E-Pot! Geht nicht! Oh, meine Fresse juckt! Deine Fresse juckt? Was machst du mit dem? Der, das, der, du, du. Ich hätte jetzt übrigens Ulti, aber habe sie gerade gefailt, deswegen, ne? Erst wieder in drei Minuten. Christopher, warum bist du heute schon Level 6? Warum bist du noch nicht Level 6? Weil ich keinen Mana habe und nicht Level 6, Alter. Uh, 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 uh! Der war auch kein Mana habe und Level 6 hier. Arschgeigen! Maa. 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 Rennt ihn noch zurück. Wie erfüllt er mich noch mit so nem komischen Ding, der abwehrt? Mach ja, ich mache ja echt enormen Damage, ne? Ne. Ich habe ganze 77... A-A-A-A-D-E. Störung! Kackt der voll ab! Chris Zorf, heute ist der Vater von deinem Geburtstag, Herr Ham. Heute ist der Geburtstag von deinem Vater und du hängst nur auf dem PC. Sag mal, weißt du überhaupt wann dein Vater Geburtstag hat? Nicht heute. 19. Juli. Warg, ich wusste es bis gestern nicht. Mh, 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 mh. Genieß es, genieß es! Ich glaube, er hat Schwanz im Mund. Warte. Schluck, schluck, schluck! Nein, ich stand am Dauer auf den kaputt gehauen und hab ne Runde getrunken. Und einfach mal kam so ein Amumu und kam an mich ran. Irgendwie hab ich da festgestellt, als ich dann weggegangen bin, dass er doch keinen Schaden gemacht hat. Aber ich hatte erst voll die Panik, weil ich gerade die Flasche angesetzt hab und da kam dann so ein Amumu angerannt und so. SS Mitte. Voll auf die Tacke zu hauen. Das kenn ich so. Kommt hier her, ähm, Albumo. Ja, genau der, genau der. Ja, Feigling, Christoph! Na, jetzt, jetzt geht's wieder. So, komm Feigling, mach mal einen auf deinen Namen. Stürbst du gerade? Äh, ne, eigentlich nicht. Das macht er immer aus Prinzip, das kommt wohl immer so. Du, Spaß, verpiss dich! Der lockt dich nur an, du voll Depp. Ja und, äh, okay, nicht ja und kacke. Egal, du bleibst hier! Ja, ich bleib hier. Lass dich mich echt schnell provozieren, Nehme! Von hinten kommt gleich der Mitscha, von hinten kommt gleich der Mitscha. Äh, ja, da könnte der Cincy noch kommen, aber der Mitscha ist gar nicht mehr da, der ist schon länger nicht mehr da. Oh. Da fukusen wir. Cincy auch rennt übrigens gleich vor der Mitte. Ja, ja genau, Cincy rennt bot. Weiß ich nicht, die hat, weiß ich nicht, der hat sich irgendwie verduldet. Weiß nicht, wen du denn der Mitscha hast? Doch! Wie sieht das aus, machen wir Amumu kaputt, Feigling? Da könnte ein Cincy runterkommen. Aber genau jetzt. Ja. Schönes Ding, schön gesteilt. Ne, war ja richtig. Du musst die Kills kriegen, ich darf keine Kills kriegen. Oh Christoph, regel mal kurz, ich will eben anfangen zu essen. Äh, ess da nebenbei, du Schwachvogel. Ich bin übrigens da, wir können die, äh, Wumsi Wumsi machen. Ja, dann los. Ja, ne? Ich kann nur nichts, ne? Ich kann nur draufhauen. Der war schon mal super. Danke. Der war professionell gesetzt. Boom! Boah! Aber die Mitte Tosti ist wieder da. Aber etwas. Kommst aber runter. Ja, ich weiß. Äh, ich hab übrigens Ulti, also falls, ne? Falls hier irgendwas so... Achtung, Feigling, bisschen zurück, ich bin nicht da. Halbtotes irgendwie auf der Leine stehen hab, dann sag Bescheid. Totes, wenn wir totes auf der Leine stehen haben. Halbtotes. Ach, halbtotes, ne? Damit ich's dienen kann. Höre mich gehe. Totes Fleisch, totes Fleisch. Das reicht nicht. Ich will ja auch. Das war ein Fehl. Oh mein Gott. Oh Gott, wie ist das schlecht. Nein, nein, nein! Ich bin ja noch weggekommen, ne? Mega Orgasmus. Alter. Mega Orgasmus. Mega Orgasmus. Streisst du immer nein, wenn du kommst? Nein! Ja, es war nicht als nein zu identifizieren. Also was dann? Mehr so als, ich fress gleich das Mikrofon. Doch er hat es gefressen. So. Ja, nein, 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 nein. User, join your channel. Das war Blutimitier. Das war nicht schlecht. Oh, du ist grad gar nicht schlecht. Hä, was denn? Sobald der Oh, du immer in den Channel kommt, kommt von irgendwer immer so, Oh no! Wie so ein Gebrüll. Ja, dem Häu... dem Häu... dem Häu... dem Häu... dem Häu... Kannst du mitte... kannst du mitte gehen? Ey, ich hab mal ne Frage. Ich hab mal ne Antwort. Ja, dann warte eben. Ja, dann warte eben. Hat ihm noch die Frage. Stelle Versuchsaufbau und Durchführung schematisch da, wie ist das gemeint? Du bist voll leise, Alter. Du sollst ein Skizze machen. Beobachtung und Auswertung. Bist du leise? Ich versteh dich überhaupt nicht, ne? Ja, du brauchst mich auch nicht verstehen, das verstehst du eh nicht. Ich versteh dich. Ja, ich versteh dich auch. Ich versteh dich auch. Es war auch nur an Bruno, dass eine Schwein und Haie Rezo be- 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 dingstens ist. Du sollst ne Skizze machen, eine Beobachtung und eine Auswertung. Skizze und... Also eigentlich nur Skizze und Beobachtung. Ist eigentlich... dingstens. Okay. Aber Auswertung ist immer gut. Lass uns mal pushen und dann gehen wir töten. Ja. Und wenn Halbtot, sag Bescheid, ne? Und Mitte ist SS. Mitte ist nicht mehr SS. Oben ist aber SS. Also Top SS. Okay, Achtung, Achtung, Achtung. Und, äh, auf Amumu. Ahh, Drecksratte. Dich, komm schon. Bitte, bitte, bitte! Crippier doch du! Ey, die Abklingzeit geht ja noch, das ist ja nur eine Minute. Wovon? Meine Ulti. Wer bist du denn? Also meine Abteilzahl von meiner Ulti ist ja 5,76 Schön Du kannst dich auch nur transformieren Ach halt die Klappe Ähm, kann mir jemand gleich helfen in der Mitte? Nein Schaff Du bist so ein Lurich, ne? Du Lurich Christoph, nimm den weg Christoph Seht ihr wie der mich stresst? Wenn du dir jetzt vorstellst, wenn du dir jetzt vorstellst Die zwei sitzen alleine zusammen in einem Schrank, ja? Und der sagt Christoph, nimm ihn weg Den Lurich Nimm ihn weg Beinahe Komm, stirb! Oh, scheiße Oh, ich drehe dir ins Gesicht, du Spaß Wie hast du dir den nicht genommen, Higi? Ich kam nicht ran Hast du mich wohlst gerade und hast den gesnackt Ja, ich hab gedacht warten Mhm, warten Okay, wenn er nicht will Wenn man sich jetzt vorstellt, die sitzen in einem Schrank Ja ernsthaft? Nimm ihn weg! Du sollst Du Lurich Schlaff! 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 Nein, nimm ihn weg! Schlaff! 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 Oh, Higi, du machst immer so total intelligente Gangs, ne? So, Produktivität gleich Null! Schlaff! Ey, der ist fast gestorben Ja, der ist Schlaff! Ja, der rennt einfach mittendrauf Ich geh extra zurück Shit, weil das weiß die Sache Und jetzt klaut der uns hier den Farm, ne? Krieg ich ja auch Hals bei Wieso? Ich kauf dir so ne Karte in der Schule, okay? Uh, aber anonym bitte! Nee, mit Namen! Uh, da mach ich das auch Ne, war Spaß Was? Hinterm Tower Ne, das ist gelogen Dann töten wir den! Ja, töte! Wow, fuck! Ach Gott, hier stell ich nicht so an Schönes Ding! Okay, ich soll dich nicht mehr anstellen Stell nicht so an, Higi! Du leckst aber trotzdem, schönes Ding! Ach, ich komm grad ich auf keinen grünen Zweig! Ja, sag ich mal dafür, dass du mal tankst! Hast du genug bleibt, oder? Ach Gott, hier stell ich nicht so an! Ich? Kann ich tanken! Ich kann nachher, wenn ich meine Warbug und meine Suncap hab, dann kann ich Ups! Christoph war's! Boah! Ach, so geistreiche Kommentare! Dein, dein Let's Play Channel verliert grad an Niveau, aber so hat von voller Höhe! Das hat sie nie, Niveau! Oh ne, komm, böser Mann! Komm, 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 komm! Ooooooh! Darfuck! Boah, ihr seid so intelligent da oben! Sind wir hier unten ja eigentlich die einzigen, die nicht failen! Der hilft mir auch nicht, der Junge! Nein! Der bleibt da stehen! Tralalala! Er ist alles schuld! Jetzt geht der drauf! Aber ich hab den Tower eingerissen! Super! Außerdem hab ich auch schon Zeit! Oh, Darfuck, du Scheiße! Gleich hole ich den Fünf-Spurring! Oh, schnauzst du, du Hund! Ihr habt Probleme! Gibt ja gleich Probleme! Ne, danke! Ihr habt doch genau! Ja, Higi, warte mal, ich hab gleich Ulti! Ah, ich hab auch Ulti! Ja, du verreckst gerade wieder! Nö! Wieso verreck ich? Du warst kurz davor! Jetzt musst du ihm sagen, dass er verreckt und wir haben Probleme! Wieso? Ja! So können wir? Ja, go! Warte! 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 Und los, nenne ich! Warte, warum sollten wir? Keine Ahnung, macht der mal Witze drüber, und wenn er wirklich sowas bekommen würde, wär's doch voll lustig! Ja, okay! Oh, mi mi mi, ich jag mich selber in die Luft! Dann halt nicht! Vor der Terrorist! Du kleine Alkaide! Da komm... Ach, politische Korrektheit, Tschuldigung! äh Flöchen du hast äh potenzielle au wieso ist keiner mehr da ich bin hier noch aber geh weg ja bum 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 ich komme ganz ruhig ich habe 1 1 2 alter ah puh puh jetzt habe ich potenzielle Probleme ja jetzt kannst du zurückgehen